Ich bin nämlich, äh, äh, Mondzeichen, ähm, Zwilling und das ist voll krass, mein Astor nennt das auch Wassermann, das heißt, ich bin Triple R-Sign. Mhm. Und eigentlich als Waage im Sun-Sign wäre ich emotional, aber mein, also Zwilling sind so sehr unemotional und trocken, deswegen bin ich nicht so krass emotional und kann manchmal nicht damit, also mit so Pisces-Leuten kann ich nicht. Okay. Way too emotional. Kann man bitte nicht alle fünf Minuten weinen? Das ist ein bisschen anstrengend. Oh damn, aber ich bin, ich meine, wir sind ja beide Waage, ich bin auch sehr, sehr emotional, ich weine ungefähr alle zehn Minuten, ich glaube, mich verschwittert auch nicht ganz so gut, äh, zu mir passen, aber du hast eben gesagt, Aries ist schlimm. Äh, ich bin tatsächlich mit einer Aries-Frau, äh, verlobt, also bitte, und ich muss echt sagen, wir ergänzen uns ganz gut. Ja, das ist krass. Weißt du dein Mondzeichen? Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich hab letztens mal meine Mom irgendwann, äh, gefragt gehabt, so, sag mal, wann bin ich eigentlich geboren, weil du brauchst ja die genaue Uhrzeit, um so ein, äh, so ein Fahnen herauszufinden. Ähm, und irgendwie keine richtige Antwort bekommen, die hat mich gegostet. Also ich bin nämlich, äh, 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 Mondzeichen.